Hey Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Mario Party Ja, mit den Mist geboren! Und jetzt gibt's Würfel Macht euch bereit auf Rage Ey, einer hat mich erkannt, ich bin Fame! Ich bin Fame! Okay Ja, er nimmt auf Hey, hab ich doch geschrieben, du Hurensohn Fünf Ich bin 24 Wie viele Abos hast du? 4,6 Warte mal Herr Bonusfeld Nee, ich hab jetzt schon bald 4.700 Leute, Alter Ich, Alter Jo, wahrscheinlich Cyberwerbung machen So geil, einfach Alter, ey, ich sag dir, wenn es hier gut wird und ich die Aufnahme wirklich nehm, dann schrei ich einfach in den Titel Krumm-tastisch ist Scheiße So in Anführungszeichen Und abonniert, und abonniert Cybercrime Der eine hat 700 Abonnenten Abonniert Gold Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe Jo, miss geworden Boah, das war der Risky Oh mein Gott, nein Alter Hey, wo bist du? Ich seh dich nicht Bin der goldige Nerder Okay, ich seh dich Oh, der Boss ist am Werk, der Boss Der Boss Ah ja, oh, das war spannend Den Weg hier so ein bisschen fisch Blöde Ah, das war gut, das war gut Oh, jetzt wird's knapp, jetzt wird's knapp Ja, du hast noch ein bisschen Nein Ah, du Kackawurst Ja, ich wurde dritter Dritter ist scheiße, Alter Bin der erste, halt Nein Hä? Ich hab dich gar nicht spectated, Leute Okay Okay Nein Ich hab halt die Championian Masturbierung-Skills Einer schreibt noch Und 600 Euro Ich hab auch Noob geschrieben Buh Ich bin kein Noob Ne 2 Ah, du miss geworden Finde ich gut Ich hab ne 4 und ne 3 gewollt Ey, ich hab zweimal das schlechteste gewürfelt, Alter Ja, ist doch gut Für mich Hey, du hast, das heißt, du hast quasi genauso viel wie ich, aber du hast gewonnen Verschissen Welcher Platz bin ich? Ich bin 600 Euro Ey, irgendwie ist meine Skin gar nicht vorhanden Lol Seht deinen, der ist nach, ähm, Cybercraft Echt? Achso, ja, weil da die Elf ist Ja Was geht's gerade? Oh, da bin ich gut, in dem Rennen Oh, aber hoffentlich stürzt der Server dich wieder ab, wie beim letzten Mal Echt, hab ich noch nie erlebt Er ist eine Mal, wo wir gezockt hatten, da hat's einfach aufgehört Ah Ja, wahrscheinlich Speedhack Die hacken doch alle, das kann nicht wahr sein Ah Alter, hier einer mit Flyhack oder so, ne? Der ist einfach nur Cybercrafter Ja, der Typ portet sich immer, Alter Der Typ hat echt Hacks, man Jetzt mal ohne Alter, man! Ja, er schaltet einfach Flyhacks an! Du hast es aufgenommen, oder? Ja! Ja, TG Fun and coming, Alter Jo, Alter, was eine Missgeburt Und ich komm hier nie mehr hoch Oder doch? Ja, Alter, so Was eine Missgeburt Alter, das geht doch gar nicht Alter, Junge Ey, bitte reporte den, Alter Alter, das gibt's nicht, Mann Was für Missgeburten, Alter Jetzt in jedem Spiel, wo irgendwas mit Laufen, Rennen, Fliegen zu tun hat Gewinnt der Typ so und so Da ist ja Chrom Ja, ich bin einmal runtergeflogen, weil ich zu dumm war Nein! Alter, Junge Was für eine Missgeburt Ohne Witz Nein, Hiko Alter, das kann doch nicht sein, Mann Ja? Chrom hast du schlimm Ja, ich wette, das ist ein Typ aus einer Accountlist Was? Die haben's schon alle geschafft? Alter Wie schlecht muss man sein, Mann? Ich war richtig Bitte reporte den, Alter Da ist Pinkplayer, der Typ Alter, ohne Witz Das kann nicht sein, Mann Alter, jede fucking Minecraft-Runde auf dem anderen Server außer Gomme Oder Timolia sind Hacker Hive sind immer Hacker Ich hab nur sechs Sex, easy Hey, easy Easy wird nicht gebannt, Alter Ab sofort nur noch easy schreiben Komentastisch Welches Aufnahmen OBS Open Broadcaster Software Warte mal Handykamera Raps Oh, der war schlecht Aber Fraps sagt OBS ist viel besser Screens Machst die ganze Zeit 30 Screens in der Sekunde Und dann schneidest du die alle zusammen What the fuck, Alter Ja, ja, mach ich Nein, mit dem Handy so abfilmen Hab ich hier so ein Stativ Das hab ich einmal gemacht, als ich angefangen hab Hey, lol, Alter, so dumm war ich noch nie Das war, als ich zwölf war oder so Warte, easy Warte, in einem Run Yo, easy Yo Wahrscheinlich Eindeutig Flyhacks Eindeutig Ja, doch Ey, der Hacker ist zweiter geworden, weil er wahrscheinlich durchgeflogen ist Also, mit fliegen meine ich so richtig fliegen Du hast gewonnen Ja, ich hatte first try jede Map Nein Ich bin mit verlieren Hörf meinem Hacker Ja Alter, ihr hackt nicht Okay Vier Ich hab auch ne vier Du Bannkriegen Hey, ich hack nicht, Mann Du Handy-Hacker Ich mein, wenn man wirklich hackt, irgendwie so ein Gungame oder so Jemand mit Kill-Aura Oder meinen die den anderen Weil der ist wahrscheinlich durch die Map geflogen Ja, komm, mach immer Werbung für mich, Cyber Oh, ich bin auf dem Zusatzfeld Drei Felder nach vorne Alter, ich bin dritter Pferderen wetten Der steigt vom Pferd ab und macht Flyhacks an Wetten? Wollen wir vom Pferd absteigen? Ja, kann man Okay Komm, Alter, das nehm ich auch noch auf Ach, ne Ich hab gerade kein Ding Also, ich denk, hier könnte man hacken Ich denk schon, dass man absteigen kann Wetten, wetten, Alter Nicht? Ah, ich glaub, wenn man runterfliegt und kein Pferd kriegt Wie die hier alle abgehen Hacker ist ganz vorne, oder? Ne, ist irgendein anderer Es geht hier nur um möglichst eng schneiden Wahrscheinlich fliegt der Hacker jetzt gleich so durch die Map Ja, mit nem Pferd vor allem Ja, dann hat er wahrscheinlich ein Pegasus-Pferd, Alter Gibt's ja schon Speed Lol, der wollte einfach irgendwie so Punkt Speed schreiben, oder so Ah, es wird spannend Ich hab auf jeden Fall nicht gewonnen, weil die ganzen Typen vor mir sind Ah, der ist zu schnell, ich muss die Kurven enger schneiden Ah, ich will's nicht riskieren, Dritter zu werden Hat der Typ eher Ich werd jetzt Vierter Das ist natürlich ganz geopfert Ich kann noch Erster werden Nein Nein Okay, Zweiter Nein, ich war doch schon hier Alter, Mann, Junge Ja, GG Ja, weil dem hackt auch jeder, oder? Ne Zwei, Alter Maaann Komm mal TS, fake Noch mal ne Zwei, Maaann Junge Ich sag dir, wenn ich's hochlade, ne Und die TS-IP, ne Du weißt schon Ist nicht ganz so schlau Ähm Selber schuld Alter, ich freu mich schon, Alter Wenn ich's irgendwann hochlade In zwei Wochen Wenn ein, ein Baus aufs Feld Ha, ha Musikparty Okay, da kann der wenigstens nicht hacken, ne Arsch Der muss Mit Musik, Musikhack Musikhack, Alter Bin richtig schlecht in dem Spiel Ja, ich auch Entweder du musst Okay, doch nicht Was ist das denn scheiße? Alter, ich kenn das Alter, das müsst ihr kennen Aber ich hab keine Ahnung, wie das heißt Das ist von Shrek, ne Ja, das ist das Genau, von Bruno Mars Ja, ich hab echt nicht gewählt Ich auch Ach, das ist Das ist dieses Gute-Nacht-Glied What the fuck, man Hä, was denn? Ich hab keine Ahnung Hä? Pokémon Center? Echt? Ich weiß es nicht Ja, doch Pokémon Center, denke ich Da ist wirklich Das ist Karamiya Portal What the fuck, man What the fuck? Ich kenn Portal nicht mehr Es ist Lady Gaga, du Hurensohn Es ist Lady Gaga, du Hurensohn Oh, Mann Ich werd so schlimm Also, das ist jetzt wieder Bruno Mars Ja Zu viel Bruno Mars, eindeutig Warum kein Minecraft-Liebler? Alter Alter ja ja jetzt in den ja ja und mit und der Ja, ist er echt so. Keine Ahnung, ich muss raten. Let it go, Frozen. Let it go. Ich hab keine Ahnung. Der ist ein türkischer Mars, Alter. Ich hab keine Ahnung. Ja! Nein, Alter, du Hurensohn. Hätte ich das gewählt, wäre ich dritter mindestens geworden. Och Mann, Alter. Ich bin so scheiße. Ich bin auch scheiße. Aber es kommt mir so oft das random Würfeln an. Mann, ich gewinne hier nie. Ich wurde hier nur einmal Zweiter und dann auch Zweiter. Ich hab ne Eins. Ne Eins, Mann! Ne Zwei. Ich krieg Aggressionen. Ich raste schon aus, Alter. In meinem kleinen Käfig hier. Warum gibt's hier keine Bewegung? Bitte ein PvP-Spiel. Die sind immer voll die Noobs. Äh, ich bin Platz... Ich bin Elf, so. Alter, das ist ja gleich zu Ende, Mann. Fuck, Mann. Das ist echt... Ja! Noch ein Spiel vielleicht. Ich bin Elfter. Ja, PvP. Jo, Mann! Also, wenn ich relativ gut bin, kann ich das locker gewinnen, weil das sind alles so Naps im PvP und ich bin der Boss. Hashtag nicht arrogant, Hashtag nicht abgehoben, aber pro Abonnent werde ich um 1% besser. Also abonniert mich. Okay, ich abonniere dich jetzt mit Multi-Accounts. Hey, dieser Abstauber hat die LPs. Hey, aber achtet, der eine Typ hackt ja. Ja. Jetzt hab ich ne Eisenschau. Der Hackt auch. Ja, da ist nicht nur ein Hack, also es gibt mehrere Hack, auf jeden Fall. Das Ganze ist schön aufnehmen. Ah, ich hab wieder Dierschweren. Ah, ich häng im Spinnweb. Ja, ich hab keine Lust mehr, Mann. Ich glaub, ich geh, ich geh jetzt Counter-Strike spielen, Mann. Okay. Ich bin beim Bogen wieder mal. Wenn ich jetzt hier reinkomme. Ey, Nui, ich tue das. Ich hatte jetzt auch in Ruhe gelassen, Alter. Du bist in Ruhe, Alter. Ja, ich bin bei der Axt. Yo, jetzt noch. Tombo. Nein. Nein, der wurde mir abgestoppt. No way. Nein, aber wenigstens Zweiter. Alter. So, jetzt Hexe. Ja, sagt der Hacker vor allem. Sagt alles, Alter, der Hacker. Nein, Ping. Killaurer. Ich hab Killaurer. Und ne 6. 6er Hack. Und ne 5. Ich ne 5 und ne 6, Alter. Ich bin am Ziel. Genau, selbe. Alter, bist du am Ziel. Nö. Jetzt entscheidet sich's. Ich glaub, ich gewinne. Ja, ich bin der Erster. Komm, komm. Bitte, 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 bitte. Zwei Felder brauchst du noch. Bitte, 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 bitte. Nein. Okay, zwei Felder, okay. Wolkenquiz. Ach, das ist nice. Aber meine Sounds sind so laut. Weil ich der Boss bin. Ich bin ja der Minecraft Survival Games Pro. Ja, ich auf jeden Fall auch. Vor allem da kommen einfach zu fragen, wer war der erste Präsident? Äh, wie sollte Minecraft... Äh, das weiß ich. Wer weiß das nicht? Ich weiß nicht. Ja, Dungeon Explorer natürlich. Ich habe einen Cracker gesehen in den Minecraft-Fan. Case Game. Ja, ach. Oh mein Gott, wie kann man das nicht wissen? Ey, es haben echt welche... Cube, Cube irgendwas. Cube Craft. Ich habe echt Cube Craft gemacht. Welche Spitzer haben wir am schnellsten am... Ey. Ja, natürlich, die Diamantspitzack ist ja... Es liegt ja auf der Hand. Jetzt ne, welche Gold? Ich habe auch schon gesehen, aber Gold genommen. Ja, natürlich ist es Gold. Ja, die Spiele haben eigentlich Gold genommen. Ja, weil das ist das Beste. Oh. Ich verarsche jedes Mal. Nein. Welch Biom? Ich weiß es. Ja, Ozean gibt es ja keine. Doch. Hä, nein. 1.8. Ja, aber... Okay. Äh, Pilzlandteil. Immer diese Noobs. Bis jetzt alles richtig. Ich habe einfach... Warte, der Creeper entstand durch Miss-Move-Eines. Das weiß ich. Ja, Dorfbomodas. Ne, Creeper. Hä, was stand da... Nein, Zombie. Was waren das? Ich kann es nicht... Zombie, ja, Zombie, ja. Zombie. Ja. 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 Ich bin aber... Alter, aber ey, ich wette, ich werde keiner der ersten drei wahrscheinlich. Aber es ist egal, ich werde so und so Erster. Äh, wie oft kann man... Nein, Minecraft-Kuchen... Oh Gott. Ausprinzip 7. Ich nenne auch 7. Ah, 7 oder 6, ich weiß es nicht. 7 ist eine magische Zahl, zum Beispiel die 7. Ah, ich wäre eigentlich auf 6 gegangen, aber zu spät. Es ist eben ausprinzip. Oh, ja, Mann. Ja, der Hacker hat Hacks, Alter, der ist auch auf der Welt. Der Fly-Hacktiker, das ist... Wie viele verschiedenen Gemälde gibt es? Ja, Alter, aber ich das weiß. Weiß es. 26, ich bin Tech-to-Pack-Designer. Echt? Ja. Okay, danke. Ich hätte jetzt 17 oder 26. 0. 17. Oh, danke. Gut, dass ich Tech-to-Pack-designer bin. Hey, dadurch bin ich Erster! Eeeewww, easy! Danke, ähm, gut, dass ich dir geholfen hab. Ja, deswegen hab ich gewonnen, Alter. Du bist so dumm, Alter. Die ganze Zeit verarschen wir. Und dann... Oh. Angebe. 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 Ich hätte so oder so verloren. Prom, deine Mutter hat Hacks. Eewww. Mama! Sevi Blue sagt, du hackst! Get bent! Ees get wrecked! Okay, ich hab neun gewürfelt. Ich bin vielleicht Erster. Komm, ich besuch dich jetzt dann. Oh, GG. Aufnahme. Hacker. Hacks! Alter! Schau, legen's oben! Scheiße, Mann! Ich hab die Vanilla-Hacks angelassen. Nein! Scheiße, fuck, Mann! Jetzt werd ich gebannt! Oh, nein! Oh, nein! Meine Kill-Aura-Spaktrum! Oh, nein! Also, Leute, das war's. Schaut bei den zwei Dudes vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschau! Aber YOLO! Bis zum nächsten Mal.